Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner Serie Plan B für das Klima und heute geht es nochmal zum sechsten Mal übrigens um Wind. Und zwar die Frage, sind es zu viele Windräder, die da gebaut werden sollen, speziell Offshore-Windräder in der Nordsee? Und hier gibt es zum Beispiel einen Artikel aus dem Handelsblatt vom 11. Juni 2024, werden zu viele Windparks vor der deutschen Küste geplant. Die intensive Nutzung der Nordsee durch Windparks dämpft den Stromertrag pro Windpark. Die Rotoren nehmen sich gegenseitig den Wind weg. Die Betreiber sind alarmiert und senden eine Botschaft an die Politik. Und das hatte ich in meinen vergangenen fünf Videos auch gesagt. Es gibt Abschattungseffekte, ja, irgendwann ist der Wind alle, er wird langsamer und es könnten sich sogar die Strömungsmuster großräumiger, also in Norddeutschland, verändern und auch die Niederschlagsmuster. Das wurde aber vehement von den Befürwortern des Ausbaus der Windenergie damals, als ich diese Videos publiziert habe, bestritten. Und jetzt auf einmal sind sogar die Windparkbetreiber selber munter geworden, dass es Abschattungseffekte gibt. Der Wind ist irgendwann mal langsamer, wenn man da so viel Energie rausnimmt. Und wenn es um Geld geht, nämlich ihre Rieseninvestitionen für Windparks Offshore, die sind sehr teuer. Und wenn es da nicht genug Wind gibt, dann bringen die nicht genug Geld. Und auf einmal interessieren sich auch die Windenergiebetreiber selber für die Realität, für die Physik. Hier also so eine Frage, werden es zu viele Windräder? Und dann gibt es auch hier noch ein anderes Paper, es gibt eine ganze Menge hier, zwei Beispiele eben. Im Windschatten zu 70 Gigawatt, das ist so ein Ausbausziel in Deutschland, das ist vom 8. Mai 2024. Nirgendwo sollen Offshore-Windräder so dicht nebeneinander stehen, wie in der deutschen Bucht, das ist Deutschland eben. Dadurch sinkt der Stromantrag pro Anlage. Doch diese sogenannten Abschattungseffekte ließen sich minimieren. Da ist also hinter die Idee, dass so eine Break, also das Kielwasser downstream von so einem Windpark, dass das irgendwann zu Ende ist und man muss nur bestimmte Abstände einhalten, dann ist gut. Gut, das passt aber nicht nach meinem Bild der Energieerhaltung, wenn ich die Energie aus dem Windfeld ziehe, dann ist sie ja irgendwie weg, die kommt ja nicht wieder. Also das ist wie bei so einem Auto, wenn ich ein Auto ohne Antrieb habe und ich bremse das, dann wird es ja nicht von selber wieder schneller, sondern ich muss dann Energie wieder reinstecken. Deswegen finde ich das ein bisschen erstaunlich, aber vielleicht kann man ja wirklich die Anordnung der Windparks so optimieren, dass die Verluste sich minimieren. Auf jeden Fall die Debatte, dass es vielleicht Abschattungseffekte gibt, die auf einmal so aktuell geworden ist. Ja, und ich hatte in meinen fünf früheren Videos diese Fragen hier gestellt. Ist die Ressource Wind begrenzt? Gibt es eine Abschattung durch die großen Windparks, dass also im Lee-Bereich downstream das Strömungsfeld einfach langsamer geworden ist, weil man so und so wie Gigawatt an Energie rausgezogen hat, an Leistung? Oder verändern Windparks die Niederschlagsmuster? Und das wurde immer, also bisher von den Befürwortern vehement bestritten. Und wie vehement? Das will ich gleich noch kurz illustrieren. Ja, und zwar nach dem Artikel hier vom Handelsblatt sollen in dem deutschen Teil der Nordsee, da stehen bisher 8,5 Gigawatt installierte Leistungen an Offshore-Windrädern. Das soll ausgebaut werden bis 2030, also sechs Jahre auf 30 Gigawatt und bis 45 auf 70 Gigawatt. Ja, das ist also knapp eine Verzehnfachung. Und die EU will also auch die Nordsee vollstellen mit diesen Windparks. Es gibt ja noch andere Anrainerstaaten der Nordsee, die auch große Flächen der Nordsee sozusagen kontrollieren, auf 120 Gigawatt bis 2030 oder größer 300 Gigawatt bis 2050. Ja, das ist die Idee, dass die Ressource Wind allein in der Nordsee praktisch unbegrenzt ist. Ich kann da also so viel Energie rausziehen wie 300 große Kern- oder Kohlekraftwerke. Und da ist man der Meinung, das macht überhaupt nichts und der Wind, ja, der Wind ist unendlich. Passt aber eben nicht nach meinem Denken als Physiker, dass es so etwas wie einen Energieerhaltungssatz gibt. Aber das ist das, was die Politik plant und vielleicht auch tatsächlich machen wird. Ja, und ich hatte zu dem Thema Ausbau der Windenergie insgesamt eigentlich mehr an Land damals, jetzt geht es mehr um Offshore, hatte ich fünf Videos gemacht. Und zwar die ersten zwei Videos waren Windparks, verändern die das lokale Klima? Und im ersten Video habe ich gesagt, ja, natürlich gibt es Studien aus dem Ausland, also zum Beispiel aus Großbritannien, aus den USA zu den Windparks dort und dahinter im Lee-Bereich wird es ein bisschen wärmer und es gibt weniger Niederschläge. Da gibt es zumindest Hinweise darauf, ja. Und im zweiten Teil Windstilling, dass also das ganze Windfeld insgesamt sich global ein bisschen verlangsamt hat und gerade in den letzten Jahren hat es wieder ein bisschen zugelegt an mittlerer Geschwindigkeit für die ganze Erde und da geht es um Effekte der Klimaerwärmung. Ja, und dann die Frage, geht uns der Wind aus? Weil der Wind ist nur eine Sekundärform der Sonnenenergie. Nur 0,5 Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie wird in kinetische Energie des Windes umgewandelt und Wind entsteht ja aus Temperaturunterschieden. Deswegen ist der Wind eigentlich vom Prinzip der Physik her eine schwächere Energieform als primär eben die eingestrahlte Sonnenenergie. Und da habe ich gesagt, ja, die Ressource Wind ist begrenzt. Ich hatte sogar versucht abzuschätzen für die Nordsee, wo denn, oder für Norddeutschland, wo denn die Grenze liegt, ja, wo dann der Wind einfach wirklich mal alle ist, ne, oder vielmehr, die Windgeschwindigkeit wird reduziert im gesamten Bereich der Nordsee und Norddeutschlands. Und dann habe ich dazu nochmal eine Zusammenfassung gemacht, Flächenbedarf und Abschattung und da habe ich mich nach einem Buch von Professor Wolfgang Eberhardt gerichtet. Ja, und da gab es dann ein Gegenvideo, ein Antigante-För-Video und das habe ich dann auch, da musste ich ja eine Antwort machen. Da wurde ich also persönlich, ja, beschimpft, fand ich so ganz verblüffend, weil ich das aus den 20 Jahren meiner Tätigkeit als Physikprofessor in Konstanz nicht kannte, dass man zu Argumenten ad hominem übergeht. Das heißt, wenn jemand Argumente in der Wissenschaft hat, die man vielleicht nicht widerlegen kann oder die einem irgendwie grundsätzlich nicht gefallen, dann versucht man nicht mit physikalisch-logischen Argumenten dagegen zu argumentieren, sondern man sucht nach dunklen Punkten in der Vergangenheit der Person, ja, und diskreditiert die Person. Ja, also vielleicht zum Beispiel in der Kosmologie, nehmen wir mal was Unpolitisches. Ich bin also Anhänger, dass es schwarze Löcher gibt und da kommt jemand und sagt, nee, die sind weiß. Ja, da bin ich erst mal verblüfft, ne, und ich sage, naja, wieso sind die denn weiß, schwarzes Loch? Hat doch eben so eine starke Gravitation, dass kein Licht rauskommt und wenn kein Licht rauskommt, ist eben dunkel, ne? Ja, und der Anhänger oder die Anhängerin des weißen Lochs, die meint jetzt also, dass das Licht so stark beschleunigt wird, ist jetzt hypothetisch, erfinde ich gerade, ja, dass das so stark beschleunigt wird beim Sturz in das schwarze Loch, dass durch die Raumzeitgrümmung reflektiert wird und deswegen sind die Löcher weiß. Ja, und wenn mir jetzt nichts einfällt, wie ich das widerlegen kann, dann würde ich also nach der Methode von diesen Befürwortern der Energiewende, ja, Professor Quaschnigke ist ja nicht der Einzige, der mit solchen Argumenten ad hominem vorgeht, dann würde ich also nach dunklen Pumpen in der Vergangenheit der Befürwortern der weißen Lochtheorie suchen, ob sie einen Ladendiebstahl begangen hat oder hat irgendwo ein Halteverbot geparkt und dann sagen, ja, die hat ja einen Ladendiebstahl begangen und hat im Halteverbot geparkt und deswegen ist ja klar, dass es keine weißen Löcher gibt. Ja, so funktioniert das heute in Deutschland und es wird sogar noch schlimmer, weil ich habe inzwischen gehört, gerade vor zwei Monaten ungefähr, dass sogar ein Freund von mir von Klima- und Energiebefürwortern, sogar ein Wissenschaftler, persönlich bedroht worden ist, damit mit der Drohung, dass ein Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, wenn er weiter mit Professor Ganteföhr zusammenarbeitet. Ja, und da sind wir voll im Bereich von einem autoritären Regime, eigentlich wie die Mafia oder so. Da werden also Freunde von mir bedroht. Und Leute, die ihr da in Deutschland wohnt, ihr müsst euch mal überlegen, ob ihr eigentlich das freiheitliche Klima einer Demokratie aufrechterhalten wollt. Ich selber, ach so, komme ich gleich zu, ach doch, machen wir eben. Ich selber bin im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit und zwar bin ich ja relativ früh beigetreten, als das gegründet wurde, vor zwei oder drei Jahren, Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, weil ich keineswegs der Einzige bin, der sich über die Gedankenfreiheit, die Meinungsfreiheit und die Redefreiheit in Deutschland an den Universitäten Sorgen macht. Es gibt also ein ganzes Netzwerk aus ziemlich vielen Professoren, aus ganz, oder Dozenten und Wissenschaftlern aus ganz vielen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, also von den Universitäten eben. Wir sind ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für ein freiheitliches Wissenschaftsklima einsetzen. Darunter verstehen wir eine Plurale von Sachargumenten und gegenseitigen Respekt geprägte Debattenkultur und ein institutionelles Umfeld, in dem niemand aus Furcht, es ist ein Klima der Angst geworden in Deutschland, aus Furcht vor sozialen und beruflichen Kosten, Forschungsfragen und Debattenbeiträge meidet. Und jetzt, ja, man kann das noch weiterlesen, man findet auch eine Liste der Mitglieder und da bin ich also seit mehr als zwei oder drei Jahren dabei und finde es ganz wichtig, dass man sich für das freiheitliche Klima einer wirklich lebendigen Demokratie, so wie wir es vielleicht bis vor der Jahrtausendwende auf jeden Fall in Deutschland hatten, dass das erhalten bleibt. Jetzt nochmal zu meinen Videos. Also das sind die Titelbilder dieser vier Videos, die sich mit dem Wind auseinandersetzen. Für die, die es vielleicht nochmal angucken wollen, das ist hier die Folge, hier steht irgendwo die Folge, Folge 51, Windräder und das Klima, verändern die das? Gibt es in Teil 2, 53? Dann hier nochmal ist Wind eine unerschöpfliche Energiequelle, Nummer 54 und dann haben wir hier Nummer 66, die Zusammenfassung nochmals als eigentlich gedacht als Ende der Wind-Serie. Und das hier ist mein Antwortvideo auf diese persönlichen Angriffe von Professor Quaschnick. Als Herr Quaschnick sein Video gegen Ganteföhr publizierte, da hat auch meine Wikipedia-Seite angefangen zu flackern. Da haben also die Aktivisten dann sich munter betätigt, mich da auf der Wikipedia-Seite Gerd Ganteföhr nach Belieben dann zu verunglimpfen und ich selber kann meine eigene Seite gar nicht beeinflussen. Also dem Angeklagten wird keine Gelegenheit gegeben, in diesem System wie die Wikipedia sich zu verteidigen. Ja, man wird wie auf einem mittelalterlichen Pranger da angeprangert von der Seite der Aktivisten. Und das ist ein Klima, auch der Angst, dass da erzeugt wird, was ich zutiefst ablehne. Mit Wissenschaft hat das übrigens, meine lieben Leute, nichts mehr zu tun. Ja, das war also das, was bisher geschah, diese fünf Videos hier mit dem Antwortvideo auf Professor Quaschnick. Aber Herr Quaschnick ist bei weitem nicht der Einzige. Es gibt noch eine ganze Menge andere, die mit diesen Methoden arbeiten. Ergebnisse. Die Ressource Wind ist begrenzt. Es ist ja klar, es ist eine Energieform. Zu dicht stehende Windräder nehmen sich gegenseitig den Wind weg. Das war meine feste Überzeugung. Und in diesem Video werde ich zeigen, dass das wirklich so ist. Zu viele Windräder an oder hinter Nordsee verändern die Strömungsmuster. Blockade des Seewindes unterstützt eventuell sommerliche Dürren. Das kommt aus anderen Studien aus anderen Ländern. Das letzte, der letzten Punkt, die Veränderung des lokalen Klimas kann ich nach wie vor nicht belegen. Aber die Abschattung kann man heute direkt messen. Und das will ich zeigen mit Satellitenmessung. Die sind phänomenal. Da gibt es also Methoden, wirklich der Realität sich anzunähern. Mein damaliger Vorschlag war, und den werde ich jetzt wiederholen, vor massiven Ausbau in der Nordsee die möglichen Folgen auf das lokale Klima zu untersuchen. Ja, heute neue Erkenntnisse zum Einfluss der Offshore-Windparks auf die Luftströmung. Aber bevor ich mit dem eigentlichen Teil des Videos anfange, hier nochmal mein Dank. Ohne euch, meine Unterstützer, unsere Unterstützer, ohne euch gäbe es diesen Kanal nicht mehr. Hätte ich schon längst Nerven zusammengehabt und hätte mich aus dieser fürchterlichen Debatte, die gar nichts mehr mit Wissenschaft zu tun hat, sondern sehr stark von persönlichen Beleidigungen geprägt ist, ja. Und wo es einem, also auch der ganzen Familie einfach an den Kragen geht, ja, mental, man fühlt sich vollkommen belastet, ja. Hätte ich mich da schon längst raus zurückgezogen, ja. Es gibt einen Haufen Leute, die sagen, Gerd Gantefür, bitte mach weiter. Ich versuche weiter ein bisschen Vernunft in diese hysterische Debatte reinzubringen. Ja, und die unterstützen uns über PayPal an eine dieser beiden E-Mail-Adressen oder eine Überweisung auf eines dieser beiden Konten hier bei unserer, ich betreibe den Kanal in der Schweiz, ich glaube deswegen gibt es den Kanal auch noch, weil der wäre in Deutschland schon längst abgeschaltet worden. Aber das geht über meine GmbH in Kreuzlingen und da gibt es eben zwei Konten extra für den Betrieb des YouTube-Kanals in Euro und Schweizer Franken-Konto, das sind die IBANs hier und da haben wir hier den QR-Code für das Euro-Konto und den QR-Code für unsere Unterstützer aus unserem eigenen Land, aus der Schweiz. Ja, und jetzt fangen wir mal mit dem eigentlichen Hauptteil des Videos an. Wie gesagt, ich will euch neue Daten zeigen, die zumindest die Abschattungseffekte der Windparks ganz dramatisch zeigen. Da passiert was mit dem ganzen Windfeld in der Nordsee und natürlich auch an Land, da ist es aber schwerer zu messen. Ja, zunächst mal meine Behauptung, es wird sich auch die Niederschläge, die Niederschlagsmuster werden sich verändern und das hatte ich mit diesem alten Bild hier gezeigt, also der Wind kommt bei uns meistens in Nordeuropa von Westen und man sieht hier die Menge an Niederschlägen, je blauer umso mehr Niederschläge und man sieht, wenn der Seewind von Westen kommt, dass hier in Norwegen oder auch im Westteil von Irland und Großbritannien die Niederschläge am höchsten sind. Also die feuchte Luft kommt von den Meeren und wird ins Land reingetragen. Die Länder der Erde sind naturgemäß eigentlich trocken, weil es fließt ja auch die ganze Zeit in Form der Flüsse das Wasser wieder zurück ins Meer und man muss ja wieder zurückkommen, sonst sind die Flüsse irgendwann mal alle. Das heißt, das im Meer verdunstende Wasser wird mit dem Wind an Land getragen und ohne den Wind ist ganz einfach gesprochen das Land trocken. Ja, und dass der Wind an Land langsamer wird durch Hindernisse, das sieht man sehr schön hier, einfach mal ein Vergleich von Wind über dem Meer, das ist ja vollkommen glatt, keine Hindernisse, und dem Wind über dem Land. Das ist also hier so ein Windatlas, das kann man auch selber interaktiv hier bedienen, hier ist der Link angegeben, da kann man also ein Windrad in 150 Meter Höhe anschauen, das habe ich hier mal gemacht, 150 Meter Höhe. Links haben wir die Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde, man sieht, dass über dem Meer ein dunkelvioletter Ton ist, der dann noch ein Stück weit ins Land reinreicht und dann wird es halt nach Süddeutschland immer grüner und ja, gelber und dann grün, das heißt, es wird immer langsamer. Und Windräder reagieren aber auf die dritte Potenz der Geschwindigkeit, das heißt, wenn die Geschwindigkeit doppelt so hoch ist, dann ist der Energieertrag achtmal so hoch, zweimal zwei ist vier, mal zwei ist acht, ja, es geht mit der dritten Potenz. Und dann sieht man sehr deutlich, wenn man die Energiedichte nimmt, also das hoch drei, V hoch drei, dass hier über dem Meer eben sehr hohe Energieerträge möglich sind, weil die Windgeschwindigkeit ein bisschen höher ist, aber weil das mit der dritten Potenz skaliert, ist das energietechnisch gesehen sehr viel mehr und an Land ist es dann auch sinnvoll, im äußersten Norden von Deutschland Windräder aufzustellen, aber hier unten, da wird es dann eben dünn und in der Schweiz und in Österreich ist also ganz wenig Wind in den Tälern, in den Tieflagen höchstens auf den Bergen und auf den Bergen ist es dann auch wieder rot oder sogar violett in ein, zwei Kilometer Höhe dann. Ja, also hier sieht man also sehr deutlich, dass der Wind durch Hindernisse, also einfach nur in Norddeutschland, diese Rauigkeit der Landoberfläche, also Wälder, Häuser, die bremsen den Wind schon enorm ab und nehmen sehr viel Energie aus dem Windfluss raus. Und alleine aus dieser Windkarte, wir haben jetzt noch gar nicht über Windräder geredet, habe ich geschlossen, dass Windräder, die ja nun aktiv Energie entziehen dem Windfeld, das sind ja nicht passive Hindernisse, sondern die drehen sich ja auch noch so und sind so designt, dass sie maximal Energie aus dem Strömungsfeld rausnehmen, und die Strömung ist natürlich hinterher langsamer, ja, und das müsste eigentlich noch viel mehr ein Hindernis sein, als wenn es nur ein passives, so hohes Gebäude wäre, war meine Idee. Und ich dachte, so Windparks, die müssen sich eigentlich in den Strömungsmustern drastisch sichtbar machen. Aber dafür wurde ich ja als Scherge der Ölindustrie beschimpft. Ja, gut, und mein Kollege Wolfgang Eberhard, mit dem ich eben auch relativ viel Kontakt habe, er hat dieses Buch geschrieben, das Energiesystem der Zukunft, der hatte aus diesem Grund der Abschattung der Windparks und maximale Dichte, wie dicht Windräder nebeneinander stehen sollten, abgeleitet und kamen hier auf 10 Watt pro Quadratmeter. Und daraus kann man ausrechnen, wie viele Windräder man maximal da in der Nordsee sinnvollerweise aufstellen kann. Und ich hatte selber in meinem Video aufgrund anderer Publikationen aus den USA oder auch aus Deutschland, gibt es jemanden, der hat das mal ausgerechnet, 2,5 Watt pro Quadratmeter ausgerechnet. Also einen viel geringeren Wert. Man kann nicht die Windräder so dicht stellen, weil sonst bezahlt man zwar das Windrad, das macht aber keinen Strom oder nur die Hälfte an Strom und dann rentiert sich die ganze Sache nicht. Oder andersrum, wenn ich es mit Gewalt finanziere, mit Subventionen, dann wird halt der Strompreis sehr, sehr, sehr teuer. Offshore-Windenergie ist sowieso ganz schön teuer. Ja, da gibt es hier vom 14.03.2024, wir sind jetzt fast in der heutigen Zeit angekommen, vor drei Monaten, gibt es hier ein Paper, das ist in EAWE erschienen, Wind Energy Science. Und da wird untersucht, the seasonal variability of wake impacts. Und wake heißt also Kielwasser. Das ist genau das, was man in deutschen Abschattung nennt. Und die haben das genau untersucht, hier diese Abschattung, dass also Windparks, da geht es jetzt um Windparks vor der amerikanischen Küste, also vor der Ostküste, dass die nicht zu dicht stehen sollten. We evaluate wake variability and annual energy production within the first year long modeling und so weiter und so weiter. Und sie sagen, eine vernünftige Energiedichte, also Packungsdichte liegt bei 3 Watt pro Quadratmeter. Da fühlte ich mich erstmal bestätigt mit meinen 2,5 Watt pro Quadratmeter. Da liege ich also nicht so falsch. Kurzum, eigentlich sagen die einen oder anderen Leute, man sollte die Windräder auch offshore nicht zu dicht stellen. Ja, aber was mich ein bisschen wundert, selbst wenn man sie weit auseinander stellt, man hat die Energie ja entzogen. Ich hatte es ja vorhin bei dem Auto gesagt, wenn ich ein Auto ohne Motor habe, also keinen Antrieb, und ich bremse das, dann werde ich da nicht von selbst wieder schneller. Wenn ich also einen Windpark habe und ich bin im Lee-Bereich und da ist die Luftströmung langsamer, dann wird sie nicht wieder schneller von selber. Außer man nimmt an, dass es Verwirbelungen mit den Zonen weit oben drüber und so weiter gibt. Aber ja, das ist so eine Sache. Also eigentlich entsteht kein neuer Wind zwischen den Windparks. Oder doch? War meine Frage, die ich gestellt habe. Ja, und das würde bedeuten, wenn kein neuer Wind zwischen den Windparks entsteht, dass ich die eigentlich sehr weit auseinanderstellen kann, aber das Windfeld erholt sich nicht. Das war meine Frage. Und genau das kann man heute messen. Frage, wie weit reicht die Zone langsamerer Strömung hinter einem Windpark? Oder andersrum ist die Ressource Wind begrenzt? Ja, und da gibt es ältere Daten hier. Das ist ein anderer Satellit. Man kann es mit einem Satellit mit Radar messen. Man sieht die Abschwächung der Windgeschwindigkeit. Und das ist hier Radar Satz 2. Da muss ich mal ein bisschen zur Seite gehen. Radar Satz 2 Intensity Map. Also da kann man irgendwie über diese Grautöne messen, wie schnell das Luftströmungsfeld ist. Of the Southern North, he observed, 30. April 2013. Diese viereckigen Zonen hier, das sind Windparks, diesmal in Großbritannien oder auch vor der niederländischen Küste. Und man sieht hier, wo diese roten Pfeile sind, ein bisschen dunklere Töne. Und das ist die Wake, das Kielwasser. Also der Wind kam offensichtlich von rechts oben an diesem Tag hier. Und man sieht gerade bei dem großen Windpark hier, London Array Phase 1, das ist ein großer Windpark, da sieht man hier also vielleicht 20, 30 Kilometer weit dahinter eben eine Abschwächung des Windfeldes. Aber mit Radar Satz 2, das ist eben so ein Satellit, der erwarte noch nicht so eine super tolle Qualität. Und das stammt hier aus dem Jahr 2013. Das ist also schon ein bisschen älter. Und ich kannte diese Messungen nicht, obwohl ich die ja bei meinen ersten Videos durchaus hätte kennen können. Aber ich habe sie jetzt eben erst entdeckt. Ich wusste nicht, dass man die Windgeschwindigkeit mit Radar vom Satelliten aus messen kann. Aber man kann es messen. Und es gibt neun Satelliten von der EU. Ja, hier nochmal von Radar Satz 2. Auch etwas hier vom, ja, irgendwo steht auch das Datum. Hoffen wir es mal. Ja, 2014 hier. Hier sehen wir also ein bisschen deutlicher, diese Wakes. Das sind also diese etwas dunkel, dunkelgraueren Bereiche, wenn der Wind von rechts oben kommt. Ja, und hier kann man auch, leider ist ja keine Längenangabe angegeben, aber man kann es mit den anderen Kontinenten vergleichen. Wir reden hier über 20, 30 Kilometer, dass die Windgeschwindigkeit reduziert ist. Ja, und dann gibt es Sentinel-1A. Das ist ein Sentinel-Wachwächter, ein Satellit der ESA. Hier unten, das ist auch, ach nee, das steht hier, das ist das Paper, auf das ich mich hier beziehe. First in situ evidence awakes in the far field behind offshore wind farms. Das heißt, das ist die erste Evidenz, also die Messung von solchen Wake-Effekten, also Abschattungseffekten im Fernfeld hinter einem Windpark mit Sentinel-1A, also mit diesem relativ neuen Satelliten. Und dieses Paper hier ist vom 3. Mai 2017. Wir nähern uns also ein bisschen mehr, jetzt ist immer noch 6, 7 Jahre her, der Neuzeit an und die Satellitenmessungen sind besser geworden. Und jetzt sehen wir schon ziemlich deutlich, was die Windparks machen. Das hier ist Föhr, das ist Amrum, weiter oben im Norden hier ist Sylt. Das hier ist also die Küste, die Westküste vor Schleswig-Holstein. Und wir sehen hier links diese sehr großen Windparks, die es da gibt. Und wir sehen sehr deutlich, das Kielwasser, also die Verlangsamung des Strömungsfeldes, gerade hier in diesem Bereich, über doch allein Kilometer. Das sind also diese, ein weißer, schwarzer Balken sind 25 Kilometer. Es sind also mindestens 25 Kilometer, aber es könnten auch 50 Kilometer sein. Also über diese Distanz ist die Verlangsamung des Windfeldes hinter einem so großen Windpark, und wir werden gleich sehen, das hat was mit der Größe, also wie viele Windräder da stehen, des Windparks zu tun. Das kann man hier eben sehr schön sehen, fand ich sehr beeindruckend. Das zeigt den Abschattungseffekt und dass der sehr, sehr, sehr weitreichend ist, der Abschattungseffekt. Und dass die Energie auf der Luftströmung rausgenommen ist und auch nicht so ohne weiteres wiederkommt, das wird erstmal schon allein durch die Reichweite dieser Wake hier sichtbar. Nur das Kielwasser ist dann, weil sich das ein bisschen mischt mit der restlichen Luftströmung, das ist dann zwar nicht mehr sichtbar, aber die Energie fehlt auch immer noch weiter hinten, meines Erachtens. Aber sichtbar ist auf jeden Fall der Verlangsamungseffekt hier über einige 25 bis sogar 50 Kilometer. Ja, da gibt es noch weitere Messungen von Sentinel-1a, das ist hier eine Pressemitteilung vom Fraunhofer-Institut IWES, das ist das für Windenergie, steht da die Übersetzung, genau da, Fraunhofer-Institut für Windenergie-Systeme. Und die beschäftigen sich jetzt hier neuerdings, das ist eine relativ neue Pressemitteilung vom 28.05.24, ein bisschen älter als einen Monat. Sie wollen das jetzt messen. Jetzt wollen sie messen, was sind denn die Abschattungseffekte zwischen den Windparks. Also es geht aber nur darum, dass neue Windparks so gebaut werden, dass sie maximal Strom liefern. Also es geht um Geld verdienen, weil die Windindustrie, die interessiert sich nicht dafür, ob dann irgendwelche Klimaveränderungen an Land oder so passieren. Die interessieren sich nur dafür, dass ihre Investitionen dann Rendite rausbringen und dafür eben hier diese genauen Untersuchungen. Jetzt auf einmal, ja, der Abschattungseffekte, weil es um Geld geht. Ja, und da gibt es dieses Bild hier, das finde ich schon fantastisch, eines der besten Bilder, die ich gefunden habe, auch von Sentinel 1A. Und hier sieht man also sehr schön, auch wieder vor der Westküste von Schleswig-Holstein, hier sehen wir Sylt, ja, hier sehen wir die großen Windparks, wie dahinter der ganze Bereich hier bis zur Küste dunkler ist. Das heißt, in einem Riesenbereich, hier ist leider, ja, da ist wieder 50 Kilometer, sind diese zwei weißen und zwei schwarzen Felder, also das sind ungefähr 50 Kilometer, es geht also, ja, 100 oder 150 Kilometer weit bis an Land, dann kann man nicht mehr messen, ist die Luft langsamer geworden und hat sich nicht wieder erholt hier, zumindest bei diesen klimatischen Bedingungen. Das funktioniert natürlich nur, wenn es keine Wolken gibt, weil dann kann man es nicht messen und es darf auch nicht ein Durcheinanderwind sein, sondern es muss eine gleichmäßige Strömung sein, sonst kann man das nicht beobachten. Also nur unter bestimmten Bedingungen kann man die Effekte der Extraktion von vielen Gigawatts aus dem Windfeld überhaupt erkennen und hier erkennt man sehr deutlich, wie also die gesamte Windbewegung, die von Westen her mit feuchter Luft von der Nordsee reinkommt, wie die verlangsamt wird. Und ich denke eben auch, dass das noch andere Effekte hat, die hier nicht sichtbar sind, aber man sieht auf jeden Fall die massive Verlangsamung der Luftströmung. Es macht natürlich dann keinen Sinn, hier dahinter gleich wieder einen Windpark zu bauen, das heißt, es macht schon Sinn, aber der produziert dann halt ein bisschen weniger Strom. Ja, und dann haben wir hier noch ein Paper, das ist vom März 2024, Environmental Impacts from Large Scale Offshore Renewable Energy Deployment. Da machen sich also Leute Gedanken darüber, wenn man also Renewable Energy, das ist ja Offshore Windparks im Wesentlichen, was das für Umwelteinflüsse hat. Und das ist jetzt aus Großbritannien, das ist die Isle of Man zwischen Irland und Großbritannien. Und hier sieht man sehr schön, also das ist natürlich auch Sentinel-1A, ist der gleiche Satellit, sehr schön. Deswegen habe ich dieses Bild hier ausgewählt, dass man schon große Windfarmen braucht, mit vielen Windrädern hintereinander, gestaffelt in Windrichtung, sodass sich dann erst eine sehr starke Wake, also eine Abschattung ausbildet. Weil ein einzelnes Windrad, das hatten ja meine Kritiker gesagt, dass da der Wind einfach drüber schwappt und dahinter ist wieder alles in Ordnung, da fehlt auch keine Energie und gar nichts. Jetzt kann man so sehen, die Energie fehlt trotzdem, aber es fällt nicht weiter auf. Ein einzelnes Windrad macht nichts. Das ist so, wie wenn ich mit einem Becher Wasser, mit einer Tasse ein bisschen Wasser aus dem Rhein nehme, dann wird der Rhein ja nicht weniger Wasser haben. Er hat natürlich trotzdem weniger Wasser, wenn ich Wasser rausnehme, aber es ist so wenig, dass es nichts macht. Wenn ich aber hunderte oder tausende Windräder aufstelle, dann macht das was. Und hier sieht man sehr schön, wie sich also dieser Wake-Effekt aufbaut, über viele, hier sind die ersten Windräder, immer mehr Windräder, Windräder, Windräder und hier ist es tiefschwarz. Da ist es sehr deutlich und es geht eben einige zig Kilometer weit hier in den Bereich hinten des Landes hinein. Also ein ganz starker Abschattungseffekt, wenn man viele Windräder hat. Es geht nicht um ein Windrad. Und das ist der Beweis, dass es die Abschattungseffekte gibt. Und ich hatte gesagt, die Abschattung verändert was mit dem Eintrag von Feuchtigkeit ins Land. In der norddeutschen Bucht für Norddeutschland, speziell in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und das sollte man untersuchen. Das war meine Idee. Darüber habe ich keine neuen Daten. Wir wissen es nicht. Ich hatte nur gesagt, müsste man vielleicht mal untersuchen. Aber dass es diese enorme Abschattung und die Verlangsamung des Windes über viele, viele, viele Kilometer gibt, das sehen wir jetzt mit diesen modernen Messmethoden sehr, sehr deutlich. Und dann habe ich selber mal auf der Homepage von Sentinel-1a rumgeklickt. Das ist hier. Also hier ist der Link angegeben. Kann jeder selber mal schauen. Es gibt nur bestimmte Tage, an denen man so deutlich diese Luftströmungsverlangsamung im Radarbild sieht. Und hier habe ich was gefunden vom 11. März 2024. Da hatten wir Ostwind. Das hier sind diese nordfriesischen oder ostfriesischen Inseln vor der Küste von Niedersachsen. Und der Wind kommt also diesmal von Osten, also von rechts. Und hier sehen wir auch wieder sehr deutlich, vor allen Dingen bei diesen Windparks, weiter oben im Norden, ist der Wake-Effekt nicht so deutlich sichtbar. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist da weniger Wind gewesen? Oder hatten wir andere Luftfeuchtigkeit oder was auch immer das Radarbild deutlicher macht? Aber hier sieht man es sehr deutlich. Zwei Windparks hintereinander und dahinter über viele, viele Kilometer. Also der Balken ist jetzt hier 100 Kilometer lang. Und das ist ja Größenordnung 100 Kilometer oder wenigstens 50. Haben wir eine Abschwächung, eine sichtbare, vom Satelliten her, sichtbare Abschwächung des Windfeldes. In diesem Fall eben nach Westen. Das macht uns dann nichts, weil sowieso Ostwind war. Ja, also mein Fazit. Ich will jetzt nicht auf die Redefreiheit und die Wissenschaftsfreiheit und so eingehen. Das ist ein bisschen besorgniserregend, was da im aktuellen Deutschland passiert. Aber mein Fazit, was den Wind angeht, ist, die Ressource Wind ist begrenzt. Ja, die ist natürlich begrenzt. Die Frage ist, wo liegt die Grenze? Es gibt eine Abschattung des Windes. Das habe ich ja jetzt hoffentlich bewiesen. Nachdem ich diese wunderbaren Bilder von diesem neuen Satelliten hier, relativ neuen Satelliten Sentinel-1A gefunden habe. Das ist eine bestimmte Kamera auf dem Satelliten. Verändern Windparks die Niederschlagsmuster. Das ist die zweite Behauptung, wesentliche Behauptung, die ich aufgestellt habe. Untermauert ein bisschen mit Studienergebnissen aus Großbritannien und den USA. Die aber noch offen ist. Ja, das muss man noch schauen. Aber ich glaube, wenn man so stark die Windfelder verändert, dann verändert sich auch was am lokalen Klima. Mein Vorschlag also, vor dem massiven Ausbau in der Nordsee, die möglichen Folgen auf das lokale Klima untersuchen. Ja, das ist mein Vorschlag. Und wenn ich jetzt wieder einen Shitstorm bekomme, ja, dann von mir aus kann ich auch nicht ändern. Also vielen Dank für diesmal. Achso, halt noch ein Hinweis auf meine Homepage. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.